einen anderen Ausweg. Hi Leute, ich bin's wieder. Heute mal zu einem sehr nächtlichen Video. Wir haben gerade halb zwölf nachts. Es ist sehr dunkel draußen. Und ich dachte mir, ja, ich hab gerade Maus-Simulator gezockt. Bisschen vorbereiten. Und dann war ich kurz im Haus. Es gibt nämlich hier auch ein Haus, ja. Wurde von einer Spinne angegriffen, von einer Katze getötet. Wir haben fast noch mal wegen einer Katze gestorben. Er hat lange attackiert. Und der dachte mir, ach klar, das ist mir egal. Wir nehmen einfach mal auf. Ich zeige euch mal, was ich ein bisschen angesammelt habe. Hier habe ich ein bisschen Futter angesammelt. Hier ein bisschen so Heu. Hier kann man auch eine eigene Futterstelle bauen. Aber ich brauche ganz viele Heu. Ich brauche Bunch, Amount of Food. Minimum Level 35. Das ist mir zu viel Arbeit. Ich habe zwar Angst vorm Haus, weil ich nicht will, dass meine Katze oder eine Spinne mich attackiert. Und ich werde sehr, sehr sehr viel Schuss haben. Aber Level 10 kann man sich eine Frau holen und Kinder. Also holen nicht, sondern man muss sich überzeugen, natürlich. Ich fresse jetzt einfach mal. Ich habe scheiße Angst, aber hier seht ihr die Map. Ich bin hier. Da oben ist das Haus. Ja, ich muss hier durch. Ich werde wahrscheinlich eh wieder von der Schlange angerufen. Aber noch. Du, keine Schlange. Ja, wenn ich Schuss habe vor Schlangen, Mann. Kann ich auch nichts für. Also, ich habe mehr Schuss vor Spinnen als vor den Schlangen. In dem Haus sind auch Vogelspinnen. Vogelspinnen, die sind so ekelhaft. Also, ich habe eine Spinnenphobie. Und ich habe sehr, sehr großen. Da ist eine Maus. Sehr, sehr großen. Da ist eine Maus. Ich töte dich jetzt. Töten, töten, töten. Töten, töten, töten. Nee, du bist keine schwarze Maus. Ich glaube, eine braune. Ja, ich töte gerade eine schwarze. Wenn die mich nicht vorher tötet. Aber ich glaube, ich töte sie vorher. Oder sie tötet mich. Nein, ich töte sie. Ja, ja. Jetzt hör mal auf mit deinem Töten. Ich habe Angst. Ich greife mich gleich eh wie eine Schlange an. Da muss ich drei Stunden laufen, bis ich dir mal reinkomme. Danke. Faktor unten ist der Dachs. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er wieder da. Ich habe Angst. Ich möchte nicht zum Dachs. Du möchtest nirgends für sie. Da hinten ist der Käse auf dem Feld. Ach, scheiße. Da oben neben meinem Lebensbalken hätte ich noch eine kleine Sieben. Das ist mein Level. Ich bin gerade Level 7. Drei Level noch. Da kann ich eine Frau holen. Und ich habe scheiße Angst. Einfach. Oh, kack. Schlange, 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 Schlange. Weg, 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 weg. Schlange, Schlange, Schlange. Und sie schreibt Schlange, Schlange. Schlange, Schlange, weg, weg. Ich habe vor der Schlange. Ich habe gerade von der Schlange auf. Schlange, 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 Schlange. Okay, ich habe die Schlange abgehängt. Da ist eine Maus. Hallo? Du bist an mir vorbeigelaufen. Oh, toll. Bist du dich? Attaquiere ich definitiv nicht. So. Ich fresse jetzt erst mal. Eine Schlange. Wie soll sie? Ich habe gesagt, ich werde von der Schlange attackiert. Also bitte. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Mein Mann spielbar schon wieder. Ich kann wieder nicht laufen. Ich esse ein bisschen was. Oh, cool. Ich bin gleich in Level 8. Sally, guck mal. Ich habe mir einen zweiten Tonnenbohr gebaut. Cool. Jetzt muss ich nicht mehr so weit zum Haus rennen. Ich gehe jetzt einfach noch mal zum Haus. Warte. Ich muss. Warte kurz. Ich will das noch schnell aufrissen. Da unten ist schon wieder ein Maus. Muss ich wirklich zum Haus gehen? Ich will das nicht, Leute. Aber ich mache es einfach. Ich habe Angst vorm Haus, weil ich weiß, dass das Spinnen und Katzen sind. Du weißt, dass Spinnen und Katzen das sind, aber du hast Angst vorm Haus. Ja. Ich gehe gerade genau in die Richtung. Ja, ich bin Level 8. Super. Ich gehe definitiv nicht in die Richtung da rein. Da habe ich meine erste Erfahrung mit Schlangen gemacht. Das war keine schöne. Ich war fast gestorben. Aber ich habe es überlebt. Ich habe nicht gekämpft wie eine Maus. Und ich bin einfach davon gelaufen. Ja. Da ist das Haus. Und irgendwo da ist eine Katze. Eine graue. Und noch eine Katze ist drinnen. Und drinnen im Haus sind Spinnen. Wer hätte das gedacht? Irgendwo da ist eine Katze. Und die macht sehr, sehr viel Damage. Und ja. Da ist eine schwarze. Da ist ein Dachs oder eine Katze. Und da ist auch eine Katze. Alter, ich bin am Ring von Dachs und Katze. Von Dachsen Katzen. Von Dachsen Katzen. Da wird auch die graue sein. Da ist nochmal eine Katze. Wird sie mich verarschen? Ich schläge mich jetzt einfach ganz langsam hinter das Beet. Ich muss jetzt irgendwie zu dem Maus noch kommen. Aber da ist ein Dachs. Oder eine schwarze Katze. Soll ich noch jetzt hinkommen? Oh, mein Gott. Die Katze ist was vor mir gestanden. Also, wenn ich sterbe, wache ich entweder meine Höhle oder den Bauern. Ich will mich helfen. Ich bin tot. Du kannst doch noch aufnehmen. Wie viel ist es lieb? Und vor mir war irgendwo eine Schlange. Nein, da war eine Spinne. Vor mir war eine Spinne. Ich hasse mein Leben. Ich will endlich Pflanzenfrisse. Und Frau, ich weiß es auch nicht. Ich gehe jetzt einfach ganz vorsichtig. Vorne ist die Katze. Bäh, ich sehe nichts. Da ist Käse. Ich schnapp mir den Käse. Weiß doch den auf. Da ist auch eine Katze. Ich kann nicht vorne rein. Ich habe Angst. Scheiße, ich renze einfach zu dem Käse noch. Fress dann noch einen Pilz. Da oben ist auch noch ein Käse. Hoffentlich kommt jetzt keine Schlange, sonst töt ich mich. Keiner ist von meinem Bau. Keiner ist von meinem Bau. Ich gehe jetzt einfach schnell rein. Ich gehe jetzt einfach rein. Lockerflug ich. Ohne dass ich groß erwischt werde. Okay. Ich gehe rein. Okay. Ich gehe rein. Ich würde sagen, ich habe zwar... Oh, ich kann wieder essen. Oh, lecker. Hier liegt immer Katzenfutter drin, dass ich was essen kann. Und damit ich ein bisschen hochleveln kann und so ein Zeug. Und in einem Level daran kann ich meine Frau holen. Äh, ich will doch da reingehen. Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich, wenn ich ehrlich bin. Vor der Katze habe ich keinen Schiss, weil alle Katzen sitzen nur vor der Spinnen. Vor den Spinnen habe ich schon großen Schiss, ja. Weil ich eine Spinnenphobie habe und das hasse, wenn eine Spinnen da ist. Ich gehe in keine Schuppe, weil ich leider eine Spinn ist. Ich muss heute aber doch definitiv eine töten. Okay, sorry, dass ich keine Rechte habe. Ich war gerade konzentriert. Ich bin nicht der Schiss, sondern auf den Schiss. Ich bin nicht der Schiss. Okay, dann kann ich Favorite ein Futter. Ich bin nicht der Schuss. Kommt, kann mir das mal jemand sagen? Okay, es leckt. Es spinnt schon wieder. Ich habe sehr, sehr großen Raus. Sehr, sehr, genau. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Kann mir jemand helfen? Bitte. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich will auf das Rekal da hoch. Kann man da überhaupt hoch? Kann man da bei der Kiechhaufe? Ja. Wie viel ist lieb? Äh, kannst du mir sagen, wie man auf der Scheißegal ist? Na gut. Ähm, warte, warte. Ich muss ein Video klopfen. Ich will kein Video anschauen, nee. Nee, vergiss es. Nee. Nein. Nein. Ich kann es wegmachen. Einen Augenblick. So, jetzt hört er mich wenigstens. Ich kann es nicht mitmachen. Wir müssen uns die Porn schauen. Wir können uns leider auch nichts machen. Nicht Werbung auch, aber können wir auch nichts machen. Endlich ist es jetzt vorbei. Viel installieren. Also ich finde, das ist nicht so ein Geil. Habe ich auch gehabt. Das ist ein ziemliches Scheiße. So, wie kommt man jetzt auf den Scheißegal? Nicht da. Da, aber ein Coin. Oh, ich habe einen Euro. Sind das zwei Euro? Nein, nicht ein Euro. Warte, warte. Okay, ähm. Okay, Leute. Jemand beende ich diese kleine Folge. Ähm, das wird jetzt noch hochgeladen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Bye.